Hey Freunde, ich bin's Benedikt vom Jubilä-Alter, herzlich willkommen beim Alter-Live, wie jeden Freitag um 19 Uhr. Schön, dass ihr am Start seid, wenn wir gemeinsam aus der Woche gehen und wieder ein bisschen über Uhren quatschen. Ihr habt es im Titel gesehen. Heute geht es um Taucheruhren. Ist sowieso ein Thema und ich habe mir hier so einen Banner vorbereitet und gesagt, ganz ehrlich, Taucheruhren sind, waren und bleiben einfach gefragt, auch in 2023. Und deswegen ein super Thema, um damit, glaube ich, heute mal reinzustarten ins Wochenende, ein bisschen über Uhren zu quatschen. Passend zum Thema bei mir, die Black Bay GMT am Handgelenk. Ist eine Taucheruhr, aber sie beschränkt sich nicht nur darauf, sondern sie hat auch noch eine GMT-Funktion. Das liebe ich an der Uhr irgendwie. Schreibt ihr gerne auch rein, was ihr am Handgelenk tragt, bevor wir über Taucheruhren quatschen und ich euch ein paar Optionen zeige. Ein Format, was wir seit einer Weile nicht mehr gemacht haben, so ein bisschen Gegenüberstellungen, vielleicht ein bisschen argumentieren. Ich würde eure Meinung vor allem heute hören, welche Taucheruhren euch gut gefallen. Und ja, würde sagen, damit starten wir rein. Während ihr fleißig eure Wristshots reinschreibt, auch wenn ihr später einschaltet, freue ich mich sehr, eure Wristshots in den Kommentaren zu lesen. Habe ich mir schon mal ein kleines Bierchen eingeschenkt und gehe mit dem Alther Kölsch-Stars ins Wochenende. Zum Wohl, schön, dass ihr da seid. Schön sicher positioniert. Und jetzt schauen wir mal, was ihr so am Handgelenk habt. Ich habe schon ein paar Highlights gesehen. Der Sascha ist mit der Diver unterwegs. Eine Vintage Air King beim Florian am Handgelenk. Die Lime ist beim Peter am Handgelenk. Die Mido Ocean ist der Alther Edition beim Volker. Der Axel ist mit mir im Team Black Bay GMT unterwegs. Wir haben den Udo dabei mit der Seamaster Diver in blau am Stahlband. Das polnische Bier, das Tysk hier, super. Sehr schön, dass du da bist. Wir haben die Seamaster Diver auch beim Andreas am Handgelenk. Der Rainer ist dabei. Wir haben eine Marken Sanz beim Micha. Wir haben eine Circular Aquasport 2 beim Steffen am Handgelenk. Schön, dass du da bist. Hier ist noch eine Tudor Black Bay GMT. Und das Glas zweigelt zum Wohl. Wir haben dabei noch keine Zeit zum Vorbereiten. Deswegen mit der Union-Glashütte-Belisa-Chrono-Mond-Phase. Mit der bist du eigentlich immer gut vorbereitet, Mike. Also alles easy. Der Korn hat heute den New Watch Alert, die Zertina Urban PDS Podium Automatic. Weiß mit blauem Zeiger am Handgelenk. New Watch Alert. Wir feiern es. Wir feiern dich, Korn. Schön, dass du da bist. Herzlichen Glückwunsch zur 9 Uhr. Die Susanne hat eine Gulaschsuppe dabei. Zum Wohl, lass dir gut schmecken. Und eine Zentramon-Phase. Wir haben den Daniel mit der Zertina DSPR 200 Meter. Eine tolle Uhr, coole Taucheruhr. Und ein Bitburger. Lass es dir schmecken. Der Adrian ist dabei mit der Tudor Black Bay Pro am Arm. Und eine Spezi im Glas. Sehr schön. Da passen auch hier die GMT von Tudor aus der Black Bay Line dabei. Beim Ollenheim. Wir haben den Dirk dabei. Schön, dass du da bist mit der Seamaster Diver 300 Meter Chronograph. Der Wolpe hat heute die Moonwatch Hesalit am Handgelenk. Schön, dass du sie wieder angeworfen hast. Der Thorsten hat die Tudor Black Bay 41 in Rot und ein Koblenzer Bräu dabei. Sehr schön. Tolle Uhr. Ich habe die Tage übrigens mal gesehen, welche Taucheruhren sich im letzten Jahr bei uns gut verkauft haben. Und da war die Tudor Black Bay 41 in Rot definitiv dabei. Sehr gefragt. Gar nicht so häufig drüber gesprochen. Schöne Uhr, Thorsten. Aus Unterfranken, Frasi dabei mit der Speedy. In Landau sitzt der Markus und hat die Mido Oceans da am Handgelenk. Und ein Pfälzer Rotwein-Cuvée im Glas und die Cartier Santos auf dem Bild. Sieht super aus. Wir haben den Luca dabei. Heuze nicht ohne Grund mit der Cartier Santos am Arm und ein Kiba im Glas. Zum Wohl, Luca. Schön, dass du da bist. Und die Santos am Arm. Nicht ohne Grund. Ihr werdet in Balde sehen, was der Luca damit meint. Freue mich, dass du da bist. Andreas ist dabei mit einer Explorer und einem Warsteiner. Das ist eine super Kombination, Andreas. Der Henry ist dabei und grüßt aus Köln. Der Wristcheck, den lässt er noch aus. Dingsda ist dabei mit der Citizen Fujitsubo am Arm. Und mit Corona im Bett. Oh nein, gute Besserung an der Stelle. Der Josef hat die Glashütte Original CQ Panoramadatum an und ein Glasrum dabei. Eine Dubois 1785 Monte Carlo beim Kent und das Warsteiner im Glas. Wir haben die Corazon Delmar Melano Cetus vom Markus Finger am Handgelenk. Sehr schön. Iris Infinity Rössler Sound. Ottmar ist dabei mit Napam GMT Schweppes Virgin Mojito aus Köln. Lass dir schmecken, Ottmar. Sehr nice. Aus Güterslust der Rainer dabei mit der Longines Hydro Conquest am Start. Passt auch perfekt. Die haben wir gleich auf jeden Fall auch dabei. Der Markus gratuliert dem Kwon und der Chatter schreibt noch rein. Alter lässt uns tief eintauchen in den Ozean der Uhrenwelt. Nicht schlecht. Und heute spielen wir Findet Nemo mit Benne live und in echt. So sieht es aus, Peter. Schön, dass du da bist. Lass uns gleich definitiv in den Ozean eintauchen. Der Andreas dabei mit dem Euter aus Berlin zugeschaltet mit einem Ingwerwasser und der GMT Master 2. Sehr schön. Der Jürgen hat das Schwippschwapp im Glas und eine Tudor Black Bay 58 am Handgelenk. I like. Der Janosch hat die Hydro Conquest auch von Longines am Handgelenk in 44 Millimeter und ein Kaffee und eine Cola. Das ist ja Kaffeein Overload an der Stelle, Janosch. Du schläfst heute nicht ein bei unserem Thema. Da bin ich mir sicher. Der Filmko hat die SKX 009 dabei. Dem Watchdomi gefällt das Thema, hat die Black Bay Pro am Handgelenk. Und ich sehe Grüße. Last but not least, starten wir doch da mit rein. Der Rainer liefert seine Altair Super Ocean noch nach und hat damit eine Taucheruhr dran. Und auch noch eine ganz besondere Taucheruhr, denn die kommt natürlich von Altair. Klassiker, schöne Brand mit Breitling und in dem Grün. I like. Würde vorschlagen, wir steigen ein und sprechen über das Thema Taucheruhren. Ich habe geschrieben, das Best of der Taucheruhren. Wenn wir das bewerten wollen, wenn wir wissen wollen, wo stehen wir heute, ist natürlich das Wichtigste, dass wir wissen, wo wir herkommen. Und deswegen dachte ich mir, bringe ich doch einfach mal vorneweg so ein bisschen Geschichte mit. Was ist so die Geschichte der Taucheruhren? Und eine, wir haben zum Beispiel, als wir über die Seamaster gesprochen haben, haben wir mit Christoph gesprochen. Und der Christoph hatte eine Uhr erwähnt, die ich gerne mit euch auch besprechen möchte. Und zwar ist das hier die Omega Marine. Die Omega Marine wurde 1936 vorgestellt, war quasi die erste Taucheruhr. Sie sieht jetzt nicht aus wie eine klassische Taucheruhr, aber Omega hat sich damals zum Ziel gesetzt, im Genfer See mit einer Uhr tauchen zu können und runtergehen zu können. Das waren dann, glaube ich, 50 Meter knapp oder so. Und haben dann nach einer Lösung gesucht, wie man das hinkriegt, die Uhr so wasserdicht zu kriegen. Die Oyster von Rolex hat es ja schon vorher auch geschafft, in den 20er Jahren. Ich meine, 26 war das. Aber wirklich auch den Druck weiter tiefer aushalten zu können, das war so der Grundstein, der gelegt wurde für Taucheruhren. Omega, ihr seht hier, hat mit so einem zweiteiligen Gehäuse gearbeitet und sogar eine Schnellverstellung in der Schließe drin gehabt, wenn mich da nicht alles täuscht. Also da war Omega seiner Zeit definitiv schon voraus. Und hat auch ein ziemlich, ja, ich sag mal, ein zeitloses Design rausgebracht, wie ich finde. Das könnte man heute eigentlich auch noch bringen. Ich meine, JLC bringt das heutzutage auch noch mit der Reverso in so einem eckigen Design. Und da finde ich, ist man gar nicht so weit von entfernt. Aber das war so der erste Schritt. Der Bernd schreibt es auch hier rein. Sieht aus wie eine Reverso, sagt der Wolper auch. Sieht aus wie meine Reverso. Ist so. Und die Reverso war ja gewissermaßen auch eine Lösung für ein Problem beim Polospielen, um da eine Sportuhr draus zu machen. Und Omega hat hier mit diesem zweiteiligen Design eben die Wasserdichtigkeit gelöst. Was ist dann passiert? Eine ganze Weile ist tatsächlich gar nichts passiert, bis de facto die erste Taucheruhr, die man auch heute als Taucheruhr erkennen würde, und zwar die Blomper Fifty Fathoms vorgestellt wurde. Das ist diese Uhr hier. Die ist dann 1953 auf den Markt gekommen. Und das ist so schon, ich sag mal, der Look, den man eigentlich als Taucheruhr bezeichnen würde. Mit so einer drehbaren Lünette drauf. Ich weiß gar nicht, ob die damals schon einseitig nur drehbar war oder vielleicht sogar noch zweitseitig. Da bin ich mir gar nicht sicher, um ehrlich zu sein. Aber auf jeden Fall kann man diese Uhr definitiv als Taucheruhr identifizieren heutzutage. Und war damals so ein bisschen der Prototyp für das, was dann in den Folgejahren, erstmal war es natürlich das professionelle Tauchen, für das diese Uhren entwickelt wurden. Die Uhr zum Beispiel war für die französische Marine insbesondere, wurde durch die in Auftrag gegeben. Aber ja, später dann, vor allem in den 60er Jahren, also knapp zehn Jahre später, als dann die Aqualang zum Beispiel entwickelt wurde, das war so ein Apparat, mit dem auch man dann Sporttauchen machen konnte, dann sind natürlich alle Dämme gebrochen und alle Hersteller sind eigentlich auf das Thema auch draufgesprungen. Dann haben wir eine andere Uhr, die definitiv alle von euch kennen werden. Und zwar hat Rolex genau ein Jahr später, Hans Wilsdorf hat nach einer ganzen Weile tatsächlich in dem Jahr 1954, knapp zehn Jahre früher, hat er die Datejust auf den Markt gebracht und damit natürlich revolutionäre Arbeit geleistet mit dem Datumsfenster. Aber die Sub war im Prinzip zehn Jahre später dann, war die Submariner so ziemlich der Durchbruch eigentlich und hat eben vor allem, was Taucheruhren angeht, hier wirklich einen Standard gesetzt. Und da muss man ja wirklich sagen, die Uhr sieht ja bis heute klar ein bisschen upgedatet aus, aber im Kern ist das eigentlich schon der Prototyp für das, wie eine Sub heute noch aussieht. Finde ich ziemlich cool. Im gleichen Jahr hat er übrigens nicht nur die Submariner rausgebracht, sondern hat auch noch die GMT Master vorgestellt mit seinem Unternehmen Rolex. Also Hans Wilsdorf war da umtriebig in der Zeit und hat sich eben viel bewegt. Und das ist so ein bisschen die Geschichte, die in die frühen Anfänge, sage ich mal, der Taucheruhren und wie wir zu dahin gekommen sind, dass wir heute eigentlich jeder diese Taucheruhren als Alltagsgegenstände benutzen und sie für ihre Funktionalitäten und auch ihre Ästhetik zu schätzen wissen. Der Wolper sagt Uhr mit Schwimmreif. Das wahrscheinlich, sprichst du da von der Blancpain, gebe ich dir recht. Sieht so ein bisschen massig aus, auch die Lunette. Das sind die wahren Taucheruhren. Uhr mit Klobrille ist auch eine Möglichkeit, das auszudrücken. Klar, damals war das Design noch ein Ticken anders, aber nichtsdestotrotz würde ich schon sagen, dass die Identität bis heute größtenteils beibehalten wurde. So, das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, was ist heute so unterwegs? Und da habe ich mir mal Gedanken gemacht, Taucheruhren gibt es von jedem Hersteller fast, in fast jedem Preissegment. Und ich bin einfach mal unser Sortiment durchgegangen und habe geguckt, welche Uhren in welchem Preissegment würde ich jetzt einfach mal so in den Ring werfen. Und wir haben das schon mal gemacht, dieses Format. Ich zeige euch jetzt immer zwei Uhren. Ich habe euch unten den Preis dazu geschrieben. Erzähle euch gerne ein bisschen was dazu. Und will dann von euch in den Kommentaren lesen, welche dieser Uhren gefällt euch besser. Und vielleicht auch warum, warum ihr euch dafür entscheidet. Und wir starten preislich unten und legen los mit einem Vergleich hier. Und zwar, die kommen beide aus der Swatch Group. Und hier haben wir einmal auf der linken Seite die Zertina DS Action Diver. Das ist schon mittlerweile, ich glaube, die dritte Generation dieses Modells. Echt beliebt. Mit einem tollen Preispunkt von 960 Euro. Und trotzdem allem, was man sich eigentlich von einer Taucheruhr erwartet. Und auf der rechten Seite habe ich mich hier für die Titan-Variante der Mido Ocean Start 200C entschieden. Weil, und auch da, ich habe mir mal die Daten angeguckt. Das war die meistverkaufte Mido Ocean Start 200C im letzten Jahr. Obwohl man denkt, ja, vielleicht eher das Edelstahlmodell. Nein, die Titan-Variante ist besser angekommen bei euch. Deswegen auch der kleine Preisunterschied. Die Titan ist dann natürlich ein bisschen aufwendiger. Mittlerweile haben sie beide eine Keramik-Dunette. Haben auch beide die 200 Meter Wasserdichtigkeit. Und beide auch eine ziemlich ähnliche Basis als Uhrwerk drin. Auf der linken Seite bei der Zertina ist das Power Medic 80. Und bei Mido ist das Mido 80 Kaliber. Was aber eigentlich eine abgeänderte Variante eigentlich auch das Power Medic 80 ist. Und ich sehe hier, was ihr so reinschreibt. Der Luca schreibt noch rein. Zeitlose Zertina von Rolex ist echt top. Das kriegen sie definitiv hin. Mido, Alarm-Lederband, Pelagos, First-Choice-Diver. Klasse Uhr. So, Mido, 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 Mido. Der Wilmku hält die Fahne hoch für die Zertina. Mido, 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 Mido. Ganz klar, Mido, ganz klar, Mido. Mido, Titan, Mido. Ich sehe hier Mido. Also Titan, sagt der Felix auch, ist mega. Sehe ich auch so. Und ist also auch definitiv von unseren Kunden. Unsere Kundschaft sagt das auch. Und der Wolper sagt auch, eine Mido hat er auch. Und die ist echt top. Also ich glaube, das Battle hier ist entschieden. Es geht Richtung Mido. Der Volker sagt auch, ihm gefällt das Dial hier besser. Sicherlich ein bisschen aufwendiger gemacht. Hat mit diesen skelettierten Zeigern auch vielleicht noch ein bisschen mehr eigenständige Identität. Ich hätte wahrscheinlich auch dahin tendiert, vor allem in diesem Titan-Design. Ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass die Edelstahlmodelle der 200C nicht diese schwarze Ziffernblatt- und Lunetten-Design haben. Die haben zwar ein graues, aber sonst nur blau und grün. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier tatsächlich einer der Treffer war. Auch der Klaus sagt, Ziffernblatt sieht sehr gut aus. Und die Zertina in Titan hat er selbst. Plus in Stahl und in Blau und den Vorgänger mit Alu-Lunette. Der Peter ist Fan. Und also Wiederholungstäter. Das spricht für sich. Tolle Uhr. Auch der Geschäftsführer und Gründer tatsächlich von Alt her trägt die Zertina DS Action Diver. Also das ist eine tolle Uhr. Und der hat die Uhren auch alle am Handgelenk gehabt. Und weiß halt, was er da an der Uhr hat. Deswegen, ja. Aber ich sehe hier hinten raus, kamen noch ein paar Zertinas. Wegen der Ablesbarkeit, sagt der Armin. Und die Zertina DS PH sieht ähnlich aus wie die Blancpain. Stimmt. In so einem Vintage-Design. Aber gut. Ich würde sagen, das geht jetzt hier erstmal an die Mido. Aber ich würde trotzdem, wollte euch trotzdem hier beide Varianten zeigen. Weil es einfach ein super Einstieg in das Thema ist. Weiter machen wir mit dem Vergleich Doxa Sub 300T. So ein richtig ikonischer Vintage-Diver. Versus eine etwas modernere, würde ich sie nennen, Longines Hydro Conquest. Die Hydro Conquest ist eigentlich so auch da wieder eine der best abverkauften Uhren bei uns im Sortiment. Gibt es in verschiedenen Farben. Gibt es in verschiedenen Größen. Da machen die sehr, sehr viel richtig. Ich finde persönlich auch dieses neue Design, das Update vom Ziffernblatt, gefällt mir persönlich deutlich besser als das alte. Aber jetzt hier im Vergleich. Was würdet ihr sagen? Doxa oder Longines? Beide haben viel Geschichte. Die eine ein bisschen ausgefallener. Definitiv in der Doxa mit der Story auch ein bisschen mehr. Ich sage mal, vielleicht ein bisschen mehr ein Liebhaber-Produkt. Und ohne da jemanden für die Longines auf die Füße treten zu wollen, ist ja am Ende dann auch nur Meinung. Aber ja, wir sehen. Der Georg liefert hier noch nach. Eben war es die Zertina, sagt die Julia. Ocean Star von vor vier Jahren sogar bei Alter gekauft. Sie ist vier Jahre schon in der Sammlung und immer noch happy. Klingt zumindest so. Freue ich mich. So, der Michael sagt, die Doxa, dem Volper war die Longines hier lieber. Longines, 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 Doxa, Longines, Longines, Doxa, 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 Longines. Ja, es hält sich doch halbwegs die Waage. Der Ort mal sagt, nichts von beidem. Longines, Longines, absolut die Longines wird auf Facebook geschrieben. Longines, Longines. Also, man sieht schon, die Longines, die Uhr hat einen absoluten Stein im Brett. Auch der Georg sagt, beide vom Fernseher sagen Longines. Nicht ohne Grund ist das natürlich eine der Marken, der bestverkauften Marken der Welt. Das Design ist super, sehr sportlich. Auch das Uhrwerk da drin, die bauen auch natürlich Werke von der ETA auf. Das L888 ist da drin, hat meines Wissens 72 Stunden Gangreserve. Absolute Ansage. Und natürlich ein etwas, ich sag mal, gefälligeres Design oder ein bisschen kombinierbares Design. Das Orange insbesondere, ich hab mich für das Orange entschieden, weil das historisch schon eher die richtige Farbe ist bei der Doxa. Ist eben damals eher als Toolwatch, sag ich mal, auf den Markt gekommen. Während die Longines, ja, definitiv, wahrscheinlich, und deswegen hab ich sie auch mitgebracht, so wie die anderen beiden im ersten Vergleich, definitiv ein super Start in die Welt der Luxusuhren und das im Taucherbereich sind. Mit 1900 Euro hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen nach oben entwickelt, der Preis. Ich weiß noch, das ist noch gar nicht so lange her, da lag die noch ein gutes Stückchen günstiger. Aber so ist das nun mal in der Industrie. Es wird immer, es wird halt einfach nicht günstiger. Aber ich denke, unter 2000 Euro ist man mit einer Hydroconquest nach wie vor richtig, richtig stark aufgehoben. So, der Luca sagt noch hier, hatte die alte mit A-Lünette und die war top. Für mich ist die Keramik nochmal ein richtiger Schritt nach oben. Dem Arminia gefällt das Blau hier auch sehr gut. Aber wir haben auch einige Doxa-Fans dabei. Longines, wenn Doxa dann die 200T in Knallgelb. Ja, auch geil. Der Georg sagt, oder Doxa am Kautschuk, haben die auch super Varianten, definitiv. Dem Peter sind sie beide nix. Das Design gefällt dem Carsten nicht, dem Christian nicht. Aber, Christian, das Design, vor allem hier von der Krone, das will ich nochmal gesagt haben. Ich weiß nicht, vielleicht wiederhole ich mich da. Das baut das Logo von Longines, die fliegende Sanduhr nach. Und das finde ich einen coolen Designaspekt. Und, ja, ich sehe weiterhin hier viele Doxas, aber auch einige Longines und die 200 in Babyblau. Das soll es sein. Alles klar. Das war unser zweiter Vergleich. Wir kämpfen uns nach oben in den Preislagen. Und ich glaube, der nächste Vergleich ist ein bisschen enger wieder. Und zwar sprechen wir über die Union, Glashütte, Belisadatum Sport hier in der blauen Variante. Und vergleichen sie mit der Mido Ocean Star 600. Das ist so der große Bruder. Und wenn ich damit den Fakten loslege, dann höre ich, glaube ich, nicht mehr auf. Deswegen starte ich am besten mal mit der Union rein. Wir haben den Vergleich im Dezember gemacht in einem Video. Und ihr habt euch so ziemlich pari die Waage gehalten, welche euch davon besser gefallen hat. Damals habe ich aber nicht die blaue gewählt, sondern eher die schwarze. Ich finde, dass die Union eine wunderbar designte Uhr ist mit einem schön symmetrischen Ziffernblatt, mit einer Saphir-Lünette, während die Mido eher auf eine Keramik-Lünette geht. Wir haben keine Kronenschützer. Die steht schön alleine, die Krone. Wir haben ein edles Band mit so fein polierten Elementen. Wir haben einen Glasboden drin mit einer Silizium-Spiralfeder ausgestattetes Uhrwerk. Und ein Unionwerk, was natürlich auch wieder auf einer ETA-Basis basiert. Wenn wir das vergleichen, ja, der Preis ist natürlich ein riesiger Unterschied schon noch, weil Mido einfach da eine Ansage macht vom Allerfeinsten mit den 15,90. Mit einem Chronometer, 600 Meter Wasserdichtigkeit, einem Helium-Auslass-Ventil, einer Keramik-Lünette, was vergesse ich, einer Schnellverstellung in der Schließe, auch richtig, richtig stark. Wenn man Taucheruhr will, wenn man das meiste für sein Geld haben will, dann muss man wahrscheinlich bei der Mido Ocean Star 600 zuschlagen. Der Volper sagt, die Union ist harmonisch. Datumsport ist auch top, kommt gleich noch, Felix. Mido und lässt sich die Union schenken, der Peter. Das ist ein smarter Move. Ich sehe hier einige Unions, ich sehe hier einige Mido, Mido. Union ganz klar, auch wenn die Mido sehr schön ist. Florian sagt, die Union, 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 also doch viel Union. Ja, wir haben auch eine Fanbase, ich sage es euch. Wir haben auch eine Fanbase bei uns, auch das zeigen die Zahlen immer wieder. Dem Linksfinity ist die Mido viel lieber schwer. Der Preis spricht für die Mido, sagt der Rainer, genau so ist es. Aber viele von euch sagen Union, der Armin nimmt gleich beide. Das tiefe Blau, das ist ein sehr dunkles Blau. Mittlerweile übrigens die Mido mit einem neuen Design. Das hier ist schon das abgedatete Design mit runden Indizes. Bei dem älteren Modell sind die Indizes alle in etwa so wie die bei 3 und 9 Uhr und auf 6 Uhr. Eher so ein bisschen eckiger, ein bisschen länglicher. Gut, der Sekundenzeiger wurde nochmal abgedatet. Optisch die Mido. Dem Felix ist die Union lieb. Union, Union, Union. Also ich sage doch, es ist schon ausgeglichen, aber auch einige Midos. Und beim Georg zu Hause herrscht keine Einigkeit. Das ist auch gut. Die Geschmäcker sollen hier auseinander gehen. Und die Noramis wäre die bessere Wahl, sagt MS Flash Gear. Pass auf, lass uns doch einfach drüber sprechen. Hier ist die Noramis Datum Sport. Im Vergleich, beides Vintage-inspirierte Taucheruhren, die so einen leichten Schritt nach oben gehen preislich. Noramis Datum Sport für 2,580 Euro oder die Rado Captain Cook, wie ich finde, in der schönsten Kombination am Reiskornband mit dem grünen Ziffernblatt. Meines Erachtens die schönste bei der Captain Cook-Kollektion. Wie seht ihr das? Was gefällt euch da besser? So, jetzt weiß ich gar nicht, wo es anfängt hier. Der YouTube-User sagt Union. Union hat vor zwei Tagen erhöht. Bidisa, Krono plus 200, aber geile Uhr. Ja, also, ich meine, und dazu muss ich kurz eine Lanze brechen für Union. Ich habe ja letztes Jahr mit denen bei der Sachsen Classic ein bisschen Zeit verbracht. Der hatte mir gesagt, Union hat irgendwie acht Jahre lang keine Preise erhöht. Und das ist schon eine Ansage. Deswegen jetzt mal 200 Euro anheben bei einem Krono, finde ich fein. Bin ich ganz ehrlich. Union, Mido, da geschützte Krono, das war noch der letzte. So, Indizes. Union soll auch Preise erhöhen die Tage. Ja, Union, Rado, Rado. Auch die Union. Wow, beide beim Thorsten. Wieder die Union. Rado, Union. Mike kann sich nicht entscheiden. Union. Jetzt die Union. Hammerwecker, gebe ich dir recht. Vor allem, finde ich, an diesem Milanese-Band. Als sie die rausgebracht haben, da finde ich, da passt sehr, sehr viel zusammen. Die Noramis haben sie richtig schön hinbekommen. Noramis, der Susanne gefallen die beiden nicht. Der Übergang hat gepasst. Danke dafür, Felix. Wieder Union, Union. Noramis ist schöner. Eher Union. Rado, Union. Union, Union. Ich sehe schon wieder Eher Union. Daniel sagt aber, Rado ist toll. Sehe ich auch so. Ich finde gerade die Captain Cook, Reiskornband, das ist Vintage-Flair. Voll in die Moderne gebracht. Fühlt sich super an. Und vor allem ist die Haptik bei der super. Die Lunette fällt so ein. Das finde ich echt special. Würde ich euch empfehlen, mal anzulegen. Und beim Georg zu Hause, Union versus Rado. Yes. Kann ich nachvollziehen. So, dann Union. Union Noramis. Gezeigten die schönsten. Rado, Rado, Union. Also gut gemischt hier. Ich sehe schon wieder. Also, ich hatte es doch gehofft. Rado, Captain Cook. Geile Watch. Union in schwarz-gelb. Gibt es auch neu. Genau. Gibt eine schwarz-gelbe Kombi. Das ist so ein bisschen auch so ein Degradé-Ziffernblatt in diesem Gelbton. Ist ein ziemlich dunkler Gelbton. Schaut gerne mal vorbei. Sehr, sehr stark. Und Union hat echt ein krasses Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich gebe dir absolut recht, Thorsten. Okay. So, ah, hier. Der Urologe sagt noch, Rado Hightech Plasma Keramik ist der Hammer. Schaut da gerne mal nach. Auch in der Kollektion haben, also Rado ist Master of Materials. Die haben sehr, sehr viel investiert. Auch in der Captain Cook-Kollektion haben sie eine Uhr rausgebracht, die wirklich wie aus dem nächsten Jahrzehnt aussieht. Sehr, sehr nice. Daumen oder keinen Daumen? Daumen finden wir beide besser. Face, Blue, Smiling. Yes, Daumen. Immer Daumen nach oben. Lasst den Daumen nach oben hier, wenn es euch gefällt. Nächste Entscheidung für euch. Nächste Diver-Kategorie. Wir gehen auf Tagheuer versus Oris. Die Oris ist ein Ticken teurer, hat aber auch hier das Manufakturkaliber, das 400er drin. Ist de facto mit einer GMT-Lünette ausgestattet, also so eine 12-Stunden-Lünette. Die Tagheuer ist die kleinere Variante, die 200er mit 200 Meter Wasserdichtigkeit, hat da ein relativ, ja, ein robustes, solides, normales Selita-Werk verbaut. 2.750 Euro versus 3.300 Euro. Ich persönlich mag die 200er Aquaracer einen Ticken lieber. Ich finde, diese Stahlünette sieht super aus. Ich mag das Datum auf 6 Uhr, aber das haben sie beide. Ich finde auch die Diver 65 sehr harmonisch, hat so ein bisschen mehr Vintage-Charme, während die Tagheuer Aquaracer wahrscheinlich eher etwas Modernes ist. So, eure Frage an euch jetzt hier. Ich sehe, Tagheuer, Tagheuer, der SD-Bahn sagt ganz klar die Oris, das Band ist pervers, mega schön und hochwertig bearbeitet. Das hat auch so Nieten, also die muss man mal erleben. Erinnert mich so ein bisschen auch an die Tudor-Bänder mit den Nieten. Gefällt mir auch gut. Aber ihr sagt ja auch Oris, 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 Oris 100%, Oris, Aquaracer, Oris, Oris, viele Oris hier. Sehr, sehr stark, obwohl sie teurer ist. Also ich mag die Tagheuer auch und ich dachte da jetzt ein bisschen, ja, Oris, Oris, ja, zum Glück keine der beiden. Da wird es nicht so teuer. Aquaracer, Oris, Oris, Tagheuer, Tagheuer. Schwer, die Oris ist zu schön. Sie ist wirklich schön, gebe ich euch recht. Die Farbgebung, das Design, das Armband dazu sind wirklich schön. Tagheuer, Tagheuer, Tagheuer. Aber eine andere Farbe, das Blau mit dem Verlauf Blau oder ich glaube, es gibt noch eine weiße Variante, ne? Ja, sagt der Florian auch hier in 43, in Blau. Oris, beides nicht euers teilweise. Oris, Tagheuer, K.O., die Tagheuer. Tagheuer geht besser mit der Keramik-Lünette. Und ihr mögt gute Übergänge, dann gebe ich euch einen guten Übergang. Wir wollen die Tagheuer mit Keramik sehen. Boom. Auf der rechten Seite haben wir die Aquaracer 300 jetzt hier im Vergleich mit der Oris Aquis Date mit dem Manufakturkaliber drin. Ihr merkt vielleicht gerade, die Oris Uhren haben beide den gleichen Preis. Du kriegst eine Diver 65 mit Manufakturkaliber für den gleichen Preis wie die Aquis mit Manufakturkaliber. Du musst ja also jetzt nicht irgendwie Kompromisse machen wegen des Preises. Das finde ich cool, weil ich persönlich, ich glaube, die meisten von euch würden wahrscheinlich zwischen 65 und Aquis eher zur Aquis tendieren. Bei mir wäre es eher die 65, bin ich ganz ehrlich. Aber wie ist der Vergleich hier mit der Keramik-Lünette ausgestatteten Aquaracer 300? Wie ist der Vergleich da? Die Lünette gefällt dem Markus nicht sehr. Der Utsubi ist schon Tagheuer-Fan, sehe ich hier. Und guter Einwand hier, die Bänder von Tagheuer sind auch super, gerade bei der Octavia, aber auch bei den Aquaracer-Modellen. Die Bänder haben sie super hinbekommen. Den Anstoß, finde ich, haben sie klasse hinbekommen. Die Schließen sind hervorragend. Würde ich im Direktvergleich jetzt hier auch wahrscheinlich sagen, dass das Band bei der Tagheuer besser ist, meine Meinung. Plus, du kannst natürlich bei der Tagheuer auch andere Armbänder dran packen. Bei der Oris hast du so einen Anstoß, der sich so ein bisschen limitiert auf das, was Oris anbietet. Die haben zwar viel Auswahl, also mit Kautschuk und auch Leder und so, aber yes. Tagheuer, die Oris ist mir jetzt einen Tick zu langweilig. Besser verarbeitet, rappelige Lünette bei der Tagheuer, das ist Erfahrung hier. Qualitativ ist die Oris sicherlich besser, aber die Tagheuer ist die bekanntere Marke mit dem besseren Marken-Image. Oris, Oris, frag an der Stelle, schreibt es gerne mal rein, wie wichtig ist euch das Marken-Image? Schwingt das mit? Weil ich finde schon, dass eine Marke, auch wenn sie ein gutes Image hat, gilt es auch zu erhalten, meines Erachtens. Deswegen, ich finde, dass die Aquaracer hier ein super Schritt hin ist, um das Marken-Image von Tagheuer auch weiter zu stärken. Und vor allem bei Liebhabern wie uns, da muss einfach das Produkt überzeugen. Da reicht es nicht, schönes Marketing zu machen, meines Erachtens. Aquaracer, Oris, Oris, Aquis, Oris, Oh, ich sehe viel Oris, Oh, ich sehe viel Oris. Aquaracer, Tagheuer, Oris, 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 Aquis schlägt alles, Oris, Hammer. Oris mit GMT-Lünette gibt es auch bei der, die gibt es als GMT-Variante, die Whale Shark zum Beispiel. Tagheuer, Tagheuer beim Stefan wieder, Oris, erst recht Oris, klar ist die Oris schön. Tagheuer, diesmal endlich beide beim Georg, sehr nice. Die Tagheuer ist noch besser. Oris, die Tagheuer gefällt die Lupe nicht. Die Lupe, kleiner Einwand hier, ist unten am Glas angebracht. Das heißt, du hast nicht diese aufgesetzte Lupe, wie das häufig bei anderen Uhren ist, wo sich dann Schmutz fängt oder sowas. Dahingehend finde ich das schon cool. Deswegen ist die Lupe unten. Es sieht am Anfang ein bisschen, ja, überraschend aus, fand ich das erste Mal, weil man es einfach so nicht kennt. Und bei Bernd ist das überhaupt kein Thema. Da ist es die Tagheuer. Und beim Urzubi auch wieder. Dann, was sagt ihr denn zu dem Markenthema? Siehst du, der Peter sagt, ich liebe aber die Datumslupe, weil es auch einfach, ja, wahrscheinlich, weil es eine kluge Lösung für ein Problem ist. Also, der Daniel schaut nur kurz rein. Liebe Grüße, Daumen hoch und viel Spaß. Danke, dass du eingeschaut hast. Unabhängige Schweizer Uhrenmanufaktur mit zehn Jahren Garantie. Adrian, besser kann man es nicht zusammenfassen. Das ist, das macht Oris aus. Die gehen ihren eigenen Weg, bringen eigene Uhren mit eigenen Werken, mit krassen Ansagen, sind in the long run. Und meines Erachtens auch noch cool, wofür sie sich auch einsetzen, was das Thema Nachhaltigkeit und insbesondere Umwelt angeht. Ähm, das finde ich persönlich auch super. Ähm, und hier, Image ist nicht unwichtig. Marke ist kein Thema, muss sie beweisen. Null wichtig, die Uhr muss gefallen. Marke schwingt schon mit. Oris ist aber keine schlechte Marke, kennt nur nicht jeder. Tagheuer ist sicherlich bekannter. Wurscht, Oris ist eine unterschätzte Marke, aber entwickelt sich auch in eine richtig, richtig starke Richtung, meines Erachtens. Ähm, Image bei beiden identisch. Bei mir ist Marken Image zweitrangig, das kann ich nachvollziehen. Eigentlich sagen wir doch eher, dass Image nicht so wichtig ist, aber wenn wir ehrlich sind, also es schwingt natürlich bei den meisten mit. Und es ist auch nicht nur, ob eine Marke irgendwie von anderen Leuten gut bewertet wird, sondern auch, ob man sich selber mit einer Marke identifizieren kann. Ob das die Testimonials sind, ob das die Farbgebung ist, ob das die Geschichte von denen ist. Klar schwingt das mit, ähm, aber, ja, für den einen vielleicht sogar ein bisschen aktiver, für den anderen ein bisschen, ähm, ein bisschen unterbewusster. Für den Johannes zum Beispiel ist Marken einer der wichtigsten Punkte. Also, da weißt du auch, was du hast, ne? Oder auch vielleicht auch, ich weiß jetzt nicht, vor allem, wenn ich über eine Micro-Brand nachdenke, wirst du vielleicht auch nicht wissen, ob du in fünf Jahren noch Service mit denen machen kannst. Kann ja sein. Also, Tag heuer gibt's schon, gibt's schon ein paar Tage, deswegen ist das vielleicht relativ sicher, dass das, äh, dass die eine ganze Weile dabei sind. Und der Mario ist noch dabei, schön, dass du da bist, mit neuem Namen, ne? Nicht mehr Marios Money Minutes, ich hab das Video gesehen, sondern jetzt mit Mario Lenke. Schaut da gerne vorbei, schön, dass du da bist. Du wirst auch noch hier, äh, auch vor der Kamera erwartet, Mario. Wir müssen mal schreiben. Freue ich mich, äh, wenn wir das, wenn wir das hinkriegen. All right, lasst uns weitermachen. Weiter geht's mit auch wieder einem, ja, kritischen Vergleich. Ich hab überlegt, welche Uhr kann ich hier der Breitling gegenüberstellen? Und ich hatte überlegt, es sind, sollten beides irgendwie Uhren sein, die so einen leichten Vintage-Flair haben, aber trotzdem High-End sind. Und da muss ich sagen, und das ist wieder, ich hab in den Tagen wieder in den Daten gelesen, die Longines ist eine der unserer Top 20 verkauften Taucheruhren. Also hier die Ultracron mit dem Schnellschwingerwerk, 36.000 Halbschwingungen pro Stunde kann das Teil. In diesem schicken Design, es ist ein bisschen bulky, es baut ein bisschen hoch auf, aber es ist ein krasses Teil. Es ist eine tolle Uhr. Die von euch, die die schon gesehen haben, werden wissen, wovon ich spreche. Tolle Technik, Hammergeschichte, cooles Band. Und ja, bei der Super Ocean, super relevante Geschichte, eine der Aushängeschilder des Breitling-Katalogs, neu aufgelegt letztes Jahr, mit einem absoluten Vintage-Flair, sich richtig was getraut. Hier die Minute mit dem dicken Viereck dran und so, richtig mutig. Ich glaube auch belohnt, lange Zeit ausverkauft gewesen das Stück. Kostet knapp ein Taui mehr als die Longines, aber was sagt ihr? Ich sehe hier, so, guter Punkt hier, der Ort mal erwähnt noch, Selita und Ether gibt es wahrscheinlich immer im Service, gibt es definitiv immer. Wahrscheinlich auch ein Seiko-Werk, was bei vielen Independents dann irgendwie drin ist. Also, wahrscheinlich guter Punkt. So, hier, Longines, Breitling, 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 Longines, Breitling, Breitling. Die hat was, absolut hat die was. Wie gesagt, ist auch super angekommen letztes Jahr. Und die Uhr ist jetzt original gerade bei uns auf Lager, nachdem wir sie lange, lange nicht hatten. Also, die war lange vergriffen, weil sie einfach eingeschlagen ist wie eine Bombe. Aber die Uhr ist aktuell auf Lager. Longines, Breitling, obwohl die vielen nicht gefällt, aber vielen auch gefällt. Das habe ich damals beim Video gesehen, hat sehr polarisiert, Stefan. Der Rainer sagt auch, Breitling, Breitling, Breitling. Marius ist eher bei Longines, Longines, klar, die Breitling, Breitling wieder, aber wieder mit Farbe. Also, eher eine blaue wahrscheinlich da. Breitling, Longines, mega, das wird ein teures Jahr beim Thorsten. Wieder beide bei Breitling, Breitling. Uff, da gewinnt die Breitling sieben Tage die Woche. Okay, okay, okay. Also, ich glaube, wenn man sich mit der Technik auch von der Longines auseinandersetzt, das ist schon eine absolute Ansage. Das hat mich persönlich fasziniert. Habt ihr Breitling live gesehen? Sieht top aus. Ja, absolut, bin ich bei dir. Auch tolle Kautschukbänder, neue Schließen dran. Also, da hat Breitling letztes Jahr richtig, richtig aufgesetzt. Longines, beide nicht dein Fall, keine. Ultra-Kron ist mega. Pest und Cholera, alles klar. Trudor, Breitling mag die Form der Longines nicht. Die baut sehr, sehr hoch auf, bin ich bei dir, Breitling. Und dann nehme ich beide die Longines wegen der Technik und die Breitling wegen des Designs. Guter Kompromiss, oder? Glaube ich, auch gut. Und die Longines ist auch deutlich billiger. Genau, knapp 1000 Euro. Nichtsdestotrotz finde ich, dass das schon ein guter Vergleich war irgendwo. Jetzt, ich glaube, wir bleiben, wenn mich nicht alles täuscht, auch bei Breitling. Und vergleichen hier zwei absolute Schwergewichte im Taucheruhren-Game. Und das wird schwierig, meine Freunde. Ist es hier die bestverkaufste Taucheruhr bei Alther? Oder, also die Omega Seamaster darin 300 Meter, das ist das absolute Aushängeschild. Viele von euch haben sie auch, ich habe sie auch in der Sammlung. Oder, und ich stand damals zwischen diesen beiden Uhren in der Entscheidung, ob ich mich für die Omega oder für die Breitling entscheiden soll, die Breitling Super Ocean Eritage mit dem B20 Kaliber drin, was als Dreizeiger von Tudor zugeliefert wird. Hier am Milanese-Band, beides 42 Millimeter. Omega, wo liegt ihr, wo liegt ihr hier, gefühlt? Ich sehe, das erste Mal ist Omega dabei. Omega, immer Omega, 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 keine Frage. Nee, das geht schnell, Omega. Beim Florian ist es die Breitling. Omega, Omega, Omega. Aber die Omega will der Volper in Grün haben. Die Breitling ist bildhübsch, gebe ich dir absolut recht. Ich finde, die ist ihrer Vintage-DNA total treu mit diesen Strichindizes, die Zeiger, das Datum auf 6 Uhr. Können sie beide, klar. Aber Breitling, die Omega, hat der Mike schon. Omega, Omega, okay, ich sehe schon, es ist, fällt doch klar aus. Wobei wir so ein paar Breitling-Fans dabei haben. Aber ich will schon sagen, dass das ein, ich würde schon sagen, also ich hätte jetzt gedacht, dass das ein guter Vergleich ist. Aber ich glaube, ihr macht hier, ihr macht hier quasi, ja, ihr macht das Ding eher zu. Omega, ohne Wenn und Aber, Omega ist Ultra. Also, unfair ohne Ende, Omega macht Breitling platt. K.O. Breitling, alles klar. Omega, es ist Diskussion, Diskussion beendet. Ah, ich sehe hier aber noch ein bisschen Breitling. Breitling, ah, emotionslos, okay. Okay, dann, ja, ein paar Breitling-Fans haben wir hier, knapp vorne. Aber Omega ist einfach, ist einfach eine Macht, was die technisch bringen, was da an Materialien gebracht wird. Ja, designtechnisch, ja, wobei die sich designtechnisch eigentlich nichts nehmen, meines Erachtens. Also, du hast das Helium-Auswärtsventil, du hast die Story dabei. Das hat Breitling nicht. Vielleicht kann Breitling in naher Zukunft hier nochmal einen raushauen bei der Super-Ocean-Eritage, nachdem sie jetzt die Super-Ocean letztes Jahr aufgelegt haben, wäre das doch nicht verkehrt. Der Bert sagt es richtig, ich glaube, das war eindeutig. Okay, machen wir weiter. Next but important. Wir bleiben auch bei Omega und vergleichen die Seamaster 300. Und übrigens ganz kurz dazu, ihr habt ja auf dieses Video geklickt, auf diesen Livestream geklickt, habt wahrscheinlich dieses Thumbnail auch gesehen. Und ich will ganz kurz sagen, das Bild auf diesem Thumbnail, kommt vom Watch-Tommy. Der hat die Seamaster 300 eben abgeschutet. Und das kommt vom Watch-Tommy. Folgt ihm da gerne auf Instagram. Der hilft uns bei schöner Produktfotografie. Ihr werdet jetzt auch immer häufiger bei uns im Webshop Bilder von ihm sehen. Insbesondere bei Omega tatsächlich. Ja, lasst da gerne ein Follow da, wenn ihr ihn seht. Und so, dann, so hier, SMP in Grün, ein absoluter Traum. Omega ist top, die Breitling ist mega schick. So, jetzt der Vergleich hier. In diesem Fall die Breitling. Okay, das war eben noch. Omega, Omega, wieder Omega. Omega, Panerei, Omega, Panerei. Panerei, Omega, Panerei. Omega, wieder Omega. Die Pam, beide geil. Finde ich nämlich auch. Ich finde auch, am Lederband, eine Taucheruhr hat irgendwie auch einen Schick. Und dann finde ich, ist das schon ein cooler Vergleich hier mit dem Acht-Tage-Handaufzugswerk bei der Luminor. Klar, das Master-Chronometer bei der Seamaster, die 300er-Serie, 1957 erstmalig in der Trilogy vorgestellt. Hat natürlich auch Story ohne Ende. Aber auch einen Schick hat ein aufgesetztes, gewölbtes Saphir-Glas, die Seamaster 300. Was kann man auch da sagen? Gehäuseboden ist, meine ich, bei beiden gut sichtbar. Das Band natürlich einen Ticken anders bei beiden. Aber ich finde schon, dass das irgendwie gut geht hier. Martin sagt auch, Panerei, Omega, Omega. Panerei, ich bin böse. Beide mega. Dankeschön, das freut mich sehr. Ich habe auch versucht, hier ein paar Perlen rauszusuchen. Panerei, Omega. Mit Lederband, untauglich beide. Nicht zum Tauchen. Der Holgi nimmt das Thema heute ernst. Danke dafür. Wobei, und auch da, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Panerei-Uhren, die ersten Panerei-Uhren für die italienische Marine, wurden am Lederband ausgeliefert. Und haben dann beim Tauchen, auch Lederbänder, haben die auch Lederbänder benutzt. Die haben die vorher mit Fett eingerieben. Sodass die dann nicht porös werden mit der Zeit. Das heißt, bei Panerei ist tatsächlich das Lederband naturgetreu. Oder, ja, so wie es damals auch gedacht war. Omega, beide schwer. Sonst immer Omega, aber hier tatsächlich die Panerei. Ich habe ihn gedreht bekommen. Siehst du mal, die Omega in Gold. Sehr schöne Uhr, auch klasse. Nur dann wäre der Vergleich schwierig gewesen, tatsächlich. Panerei liegt oben im Safe, sagt der Georg. Panerei. Panerei aber nur, weil sie größer ist, sagt der Micha. Aber klein ist die Steam Master 300 auch nicht. Panerei, glaube ich, beide toll. Die Form der Panerei gefällt dem Werner nicht. Natürlich Omega. Wo bleibt die Marine Master 300? Die haben wir, glaube ich, übersprungen heute. Sorry dafür. Luminor, Panerei, Panerei-Sandwich-Dial schlägt zu. Haben die aber auch beide, ne? Die Steam Master 300 hat auch das Sandwich-Dial. Ist leicht eingelassen. Deswegen beides tolle Uhren, meines Erachtens. Mit dem Band kann man technisch gesehen nicht tauchen. Es sei denn, man fettet es vorher ein Wolper. Für den Handgelenksumfang die Omega, aber Panerei auch hat das Herz. Okay. Beide würde der Manfred nehmen. Erste Wahl wäre aber Panerei. Alles klar. Dann machen wir weiter mit dem Vergleich zwischen der IWC-Aqua-Timer. Wir haben nämlich endlich mal wieder eine auf Lager. Und da dachte ich, das nehme ich mal zum Anlass, die heute mal mitzunehmen. Ich konnte sogar in diesem Preissegment den Krono davon der Uhr nehmen und vergleiche den IWC-Aqua-Timer hier mit der Planet Ocean aus der Steam Master-Kollektion von Omega. Und bin gespannt, was ihr hier heute sagt. Omega, IWC, Omega. Der 321-Sporter fragt, wo ist denn Tudor? Tudor ist heute am Handgelenk hier und auch bei euch größtenteils viel am Handgelenk. IWC forever, sagt der Drone-Buddy. Omega zum Dritten. Omega nimmt hier die Chocolates mit nach Hause. Omega, IWC, sagt der Thorsten. Ganz klar die Planet Ocean. Omega, IWC. Als Omega-Fanboy doch eher die IWC. Ja, siehst du mal. Weil auch, also ich finde die IWC hat was. Also die Aqua-Timer zum einen hat ein sehr, ein sehr schickes Gehäuse, was sehr, sehr eigendesignt ist. Eine tolle Technik. Wir haben da natürlich IWC-Qualität. Das ist also alles in Schaffhausen gefertigt, von der kleinsten Schraube bis hin eben zum gesamten Gehäuse und dann auch da zusammengebaut. Finde ich ein cooles Design. Und dass man preislich hier für 7,80 sogar den Krono in die Sammlung holen kann, das finde ich beachtlich. Deswegen habe ich das hier eben mitgebracht. Omega, Planet Ocean. IWC ist wunderschön. Das ist schwer. IWC ist knapp vorne. Planet Ocean. Urzubi sagt auch Planet Ocean. Omega, 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 Omega. IWC, IWC, Omega. IWC bei Krono. Omega beim Volper. IWC geht nur als Flieger. Das kann ich irgendwo nachvollziehen. Und der Bert stellt gerade fest, dass er Omega-Fan ist. Nice. Das sind auch schöne Uhren. Ich kann es gut nachvollziehen. Ich bin auch Omega-Fan. Wir haben IWC, Omega, Omega. Planet Ocean 39 gibt es hier auch am Kautschuk. Johannes Esteban, schreibt mal kurz rein, ob es die in der 39er, also es ist eine 39,5-Gehäusedurchmesser, ob es die auch am Kautschuk gibt. Das Stahlband hier ist klasse übrigens, das einmal vorneweg. Das ist die größere Variante, für die ich mich hier heute entschieden habe. Die 43,5 gibt es, wie gesagt, auch in 39,5. Ob es dann Kautschuk zugibt, schreiben die Kollegen gleich hoffentlich in den Chat. Kann ich dir gerade nicht mit hundertprozentiger Gewissheit beantworten. Hier die Omega. IWC vielleicht etwas überladen, viel los. Das stimmt. Aber dazu natürlich auch ein eigenes Design. Wir haben eine unterm Glas untergebrachte Lunette. Daher hast du jetzt die Lunette auch als natürliche Erweiterung des Ziffernblatts. Deswegen ist auch ein Ticken mehr los. Und die wird links an dieser kleinen Krone justiert. Ist also ein etwas anderes System, was echt spannend ist. So. Okay. Wow. Jetzt drehst du den Omega-Mann. Yes. Also, IWC würde dein Peter auch nur als Ingenieur sagen. Der Nico ist dabei. Schön, dass du da bist, Nico. Der wünscht sich hier auch die Omega. Und nicht Manufaktur für 7.000, 8.000. Auf keinen Fall. Das kann ich gut nachvollziehen. Danke für die Richtigstellung an der Stelle. Okay. Krone unter Wasser einsetzbar. Ich würde mal fest davon ausgehen. Ob das bis zu den 300 Metern gegeben ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde schon davon ausgehen, dass das so ist. Ohne mich jetzt hier festlegen zu wollen. Der Uzubi ist ja auch nicht hundertprozentig sicher. Aber meint, es gibt kleine Planet Ocean nicht am Kautschukband. Okay. Also, da sind wir uns nicht sicher. Genau. Der Nico soll nicht zuschauen. Der soll mitmachen. Komm mal rein, Junge. Komm mal rein. Okay. Weiter geht's. Ich habe noch zwei Stück für euch dabei. Und, ja, ihr kennt mich. Ich bin Omega-Fan. Wir bleiben auch im Lager Omega. Und jetzt machen wir sogar Omega gegen Omega. Zwei Uhren aus der gleichen Familie. Beide Seamaster. Beide Bonds. Die eine besteht aus Titan. Links. Gibt's schon was länger. Ist die Uhr, die James Bond, Daniel Craig im letzten Film getragen hat. Die rechte aus Edelstahl. Ähm, mit einem komplett verrückten Gehäuseboden. Wir haben uns vor zwei Wochen das Ding genauer angeguckt. Ähm, und nicht aus Titan, genau aus Edelstahl hat, äh, ist auch einen Ticken günstiger. Wo greift ihr zu? Äh, 60 Jahre oder 007? Sollen wir sagen 007 oder 60 Jahre? Genau, hier. No Time. Oder ihr könnt auch einfach die Farben reinschreiben. 007. Bond. Genau. Das sind ja beides Bonds. Blau. Gehen farblich beide nicht? Ah, Ottmar. Du bist aber kritisch heute. Hör mal. Ich find die echt schick beide. Beide farblich schick. No Time. Die blaue 007. Klar, die Titan. Ist auch eine Hammeruhr. 60 Jahre. Titan. Mittlerweile tatsächlich die Titan. No Time to Die. Ja, Wollo. 007. Äh, heiliges Blechle. Die rechte. Stahl, sagt auch der Markus. Blau, ganz klar. 007, die Titan. Blau. Rechts. Die Titan-Bond. Titan. 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 60 Jahre Bond. Auf jeden Fall. Die Uhr ist hammerhart. Ist sie absolut. Mit einem ganz verrückten Gehäuseboden. Mit Glasboden auch dabei. Äh, sehr, sehr schön. Der Manuel nimmt einfach beide. Ähm, beide nicht. Gefällt dem Peter nicht, weil sie beide keinen Daten haben. Okay, verstehe ich. Dann musst du eher zum Standard greifen. Das ist, äh, da bist du dann aufgehoben. Nur wenn anderes Band. Kein, äh, kein Milanes. Ganz klar Edelstahl. Blau, blau. Blau. Titan. 60 Jahre. Die blaue. 007. 60. Blau. Beide blau. Also ein Ticken mehr blau jetzt gerade, sehe ich, oder? Ja, der Preis, der hat sich schon, der hat sich schon ordentlich nach oben geschraubt. Da gebe ich dir recht. Blau. Rechte. Optisch ansprechender. Blau. Edelstahl. Blau. Das Braun. Dieses. Ah, ich finde es auch sehr, sehr schön. Bin ich absolut bei dir. Fotina. Titan. Sagt der Eric. Schön, dass du da bist. 60 Jahre. Wunderschöner. Wunderschön. Dann der Boden. Hammer. Titan. Blau. Und dann verkehrt herumtragen. Yes. Das ist die Ansage. Und der Rainer sagt noch kurz einfach hinterher, die Aquaterra wäre es viel, viel besser. Also ich glaube, dass wir schon eher bei Blauland, auch wenn wir ein paar Kommentare auch zu 007 haben, beides geniale Uhren. Brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Tolle Story. Tolles Tragegefühl, zumindest bei der Titan. Ich habe die andere noch nicht am Handgelenk gehabt, aber habe mir die Omega gegönnt, die Breitling Funke zu starten. Tag im Licht. Das ist völlig in Ordnung. Und bei Julia ist auch die Linke. Pelagos FXD, sagt der 3-2-1-Sportler. Die Titan. Bond-Fan. Beide einfach nehmen. Das Armband ist furchtbar, findest du. Also ich hatte die Uhr schon mal einen Tag an und fand das wirklich nicht furchtbar. Wirklich nicht furchtbar. Man muss es immer anlegen und die Erfahrung damit machen. Ich fand es nicht so verrückt. Oder nicht so schlecht. Aber gut. Das war unsere Omega gegen Omega Vergleich. Beides Bond. Und jetzt, last but not least, nehmen wir uns einfach mal zwei Supertaucheruhren zur Brust und vergleichen die neue Ultra Deep von der Seamaster Planet Ocean Kollektion. In weiß hier kommt noch ein Video zu. Hatten wir nämlich gerade auf Lager oder liegt, glaube ich, gerade noch auf Lager. Und wir vergleichen die hier mit der wunderschönen Panerei Submersible am Kautschukband. Finde ich persönlich die geilere Kombination bei der Panerei. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ja, was sagt ihr? Wo geht es hier hin? Omega, aber mit Abzügen der B-Note wegen der 30. Preiserhöhung. Die Omega wird es. Das Band muss super passen. Wenn es leicht zu locker ist, stört es den Bärd auch. Der Georg vermisst die Sinn. Omega. Die Panerei ist es beim SD-Bahn. Lässt sich echt besser tragen. Omega. Ultra Deep in Love, sagt der Johannes. Panarabisch. Die PAM nur in 42 Millimeter. Planet Ocean. Omega. Ultra Deep, Ultra Deep Omega. Panerei Omega. Panerei Omega. Und Ultra. Auch der Tobi ist da. Schön, dass du da bist, Tobi. Panerei. Äh, Ultra Deep ist es. Dann nur die Ploprof, wenn wir schon über solche Brecher sprechen. Panerei. Aber die Carbo. Die Carbo-Tag, sagt der Linksfinity. Auch eine Ansage. Auch nochmal so ein super Top-Performance-Taucher. Sehr, sehr geil. Also da hat Panerei da einiges zu bieten in der Submersible-Kollektion. Bin ich absolut bei dir. Omega. Ultra Taucher gleich Doxa. Beide gar nicht, sagt der Peter. Omega. Panerei. Die Uhr ist mein Liebling. Ist eine richtig, richtig tolle Uhr. Das, äh, die Kollegen haben sie auch sehr gefeiert, als wir sie im Studio hatten. Keine Frage. 100% die Omega. Omega, aber Affen teuer. Zweimal Panerei. Omega, ganz klar. Omega nach Bangkok. Grüße, Markus. Omega ist das geringere Übel, sagt der Bernd. Alles klar. Die Omega sieht klasse aus. Nur viel zu groß. Und ich habe, also zudem viel zu groß, wie gesagt, es wird noch ein Video kommen. Ähm, die baut zwar, ich glaube, bei knapp 15 Millimeter auf, aber der Lack-to-Lack der Uhr ist nicht so verrückt, wie die Größe der Uhr erscheinen lässt. Deswegen, ähm, auch da wieder, ne, anlegen, wenn es wirklich relevant ist, oder wenn man einfach mal da ist, wenn man mal bei Altair ist, einfach mal fragen. Hey, habt ihr eine Ultradieb da? Kann ich die mal anlegen? Ähm, aber ja. Ja, der Thomas sagt, Omega die Fünfte. Also ich sag mal, da ist das, äh, ist der Haken dran heute. Und ich sehe bei einigen beide nicht, das ist in Ordnung. Klar, die Pam. Schwer, Gleichstand. Beide zu groß. Omega. Und der Nico sagt, hatte die Omega in der Hand, die fühlt sich mega an. Und wenn der Nico das sagt, der hat schon die ein oder andere Uhr in der Hand gehabt, ne? Esteban sagt noch, Carbon ist ja noch ein, noch ein Sprung im Preis. Da muss man richtig tief in die Tasche greifen, so ist es. Deswegen sind wir hier bei der Edelstahl-Variante gelandet. Okay, der Tobi sagt auch, ruhig mal anprobieren, die Ultradieb. Ich habe 16,5 Handgelenksumfang und kann die fast tragen. Das ist am Ende immer nochmal was Persönliches, ob man eine Uhr dann auch im Alltag tragen will oder sich das irgendwie sagt, das passt zu mir oder es passt nicht zu mir. Ähm, aber, ja, anprobieren ist immer das beste, äh, das beste Mittel, ne? Und genau das ist es hier, Wolper. Aber nicht täglich, trägt man die dann täglich, ja oder nein? Ähm, ja, muss man dann, muss man wissen. Das muss auch irgendwie in die Sammlung passen, ne? Das war so ein bisschen der Rundumschlag heute. Ihr habt jetzt viele Kollegen tatsächlich auch im Chat gesehen. Ihr habt aus Köln zum Beispiel den Tobi und den Johannes gesehen. Falls da, falls ihr da den persönlichen Kontakt weiterführen wollt. Einfach eine Mail an die Kollegen hier jagen. Da sind wir für euch da. Genauso sind wir in Berlin für euch da. Ihr habt den SD-Bahn gesehen, aber auch der Thomas, den ihr schon kennengelernt habt oder den Sebastian. Ähm, alle sind für euch da. Ähm, wir haben einen, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Wir haben uns sehr gefreut, vielen von euch auch im Januar dabei helfen zu können, äh, eine neue, eine neue Omega in die Sammlung zu holen, eine neue Grand Seiko in die Sammlung zu holen. Wir sind sehr gespannt auf das, was dieses Jahr kommt. Der März wird sicherlich, äh, wird sicherlich wieder stark mit Watches and Wonders. Ich freue mich sehr drauf, ähm, und, ja, würde mal fragen. Omega Pro Motur, gewissermaßen schon, ne, gewissermaßen schon. Ähm, ja, und hier der Volker sagt noch, der Lack zu Lack ist entscheidend, nicht der Durchmesser. Und, und es kommt auch immer darauf an, äh, auch der Handgelenksumfang ist nicht, ist nicht immer ausschlaggebend. Und manche, manche Leute haben ein sehr flaches Handgelenk, aber ein sehr breites Handgelenk. Da geht zum Beispiel ein größerer Lack zu Lack als Leute, die ein sehr hohes Handgelenk haben. Es ist einfach, in Köln würde man sagen, jeder Jack ist anders. Und, äh, deswegen muss auch die Uhr dann dazu passen. Ähm, deswegen, ja, der Josef sagt noch, tolle Auswahl. Bei Best of darf Glashütte Original mit der CQ nicht fehlen. Geschichtlich eine Fortsetzung der legendären Spezialist. Ich bin absolut bei dir. Hier haben wir sie auf dem Bild, Josef. Ähm, wir führen Glashütte Original nicht bei uns im Sortiment. Deswegen ist das etwas, wo ich jetzt nicht so viel zu sagen kann, oder was wir nicht so viel Bühne geben, gewissermaßen. Äh, ich hoffe, du verstehst das. Nichtsdestotrotz hast du mit der, mit Union Glashütte, und vor allem der Noramist Datum Sport, eine Uhr, die in eine ähnliche Richtung geht, sich erst der gleichen Geschichte bedient. Ähm, ja. Aber nichtsdestotrotz hast du natürlich recht. Und es gibt viele, viele andere Uhren, über die ich auch noch gerne gesprochen hätte, äh, die ich eingangs ein bisschen erwähnt habe, was man auch da heutzutage noch findet. Ähm, sicherlich auch das eine oder andere, was man noch, äh, hätte erwähnen können. Aber, ich danke euch ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass ihr links und rechts mal was Neues gesehen habt, irgendwas, was euch gefällt. Und, äh, freue mich, wenn wir uns nächsten Freitag wiedersehen. Nächsten Freitag werde ich wahrscheinlich ziemlich große und tolle News haben und hoffe, dass wir uns da sehen können. Und dann kann ich, äh, ja, voller Stolz euch, äh, wahrscheinlich was präsentieren. Ich freue mich schon sehr drauf und hoffe, dass ihr ein schönes Wochenende habt. Bleibt gesund, genießt eure Uhren. Danke für die Aufmerksamkeit, danke fürs Einschalten und, ähm, ja, danke. Wenn ihr das auch so seht, toller Stream. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben hier auf dem Weg nach Hause. Und schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao.